Willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Bicycle Golden Standard Kartenspiel. Also nicht das normale Standard Kartenspiel, sondern das Golden Standard. Und was da die Unterschiede zum Standard Kartenspiele sind und was das überhaupt ist. Darüber wird euch der Sufjan etwas berichten und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zauberbox TV. Mein Name ist Sufjan und heute geht es um diese Babys hier. Das sind Golden Standards Bicycle Karten. Mich hat nämlich immer interessiert, was ist denn an diesen Karten anders als an den normalen Bicycle Karten und lohnt es sich überhaupt die Euro mehr auszugeben, um diese Karten zu bekommen. Das ist aber das Fazit am Ende. Ich gehe jetzt nicht so extrem auf das Design einer von diesen Karten. Ich werde kurz durchgehen, weil es sind normale Bicycle Karten und es könnte ja sein, dass ein paar von euch die noch nicht kennen. Aber es geht in diesem Video eher um die Performance und das Finish dieser Karten, wie sie gemacht sind. Gehen wir erstmal auf das Design ein. So sehen die Herzkarten aus. Ich gehe einfach nur kurz durch. Es ist das normale Standard Design von Bicycle. Es kommt natürlich auch in New Deck Order. Das ist jetzt allerdings das normale Bicycle Deck. Ich zeige euch gleich auch nochmal das Golden Standard Deck. Allerdings ändert sich vom... Das sind die beiden Joker für die Leute, die es interessiert. So sieht das Back Design aus. Sehr klassisch. Halt Bicycle. So. Soviel zu den Standard Karten. Kommen wir kurz zu den anderen Karten. Die sehen, wie ihr seht, ganz genau gleich aus. Okay. So sehen die Joker aus für die Leute, die es interessiert. Das einzige, was an denen anders ist, ist nämlich gar nichts. Sie sind nämlich genau identisch. Was sie besser macht für Magie, logischerweise. Weil es immer besser ist, Identity Joker zu haben. Soviel zum Back Design und zum Design an sich. Jetzt geht es in diesem Fall eher darum, was ist anders an diesen Karten als an den normalen Karten. So. Soviel ich weiß, wurde dieses Deck von Richard Turner produziert und gedruckt. Also die Idee davon kommt von ihm. Es sind im Prinzip B-Stock-Karten, die aber Bicycle-mäßig gedruckt sind. Wenn ihr die Marke B kennt, die haben einen etwas dickeren Stock als diese Karten. Zum Beispiel habe ich mal einen Blimp-Test mit einem Freund von mir gemacht. Und er hat mir eine Karte von einem normalen Deck gegeben und eine von denen. Und du merkst den Unterschied in der Dicke. Was diese Dicke natürlich auch anders oder was sie natürlich besser macht, ist für Kartenmagier zum Beispiel, ist, dass sie sehr viel länger halten. Dieses Deck, das habe ich jetzt schon seit circa zwei Jahren und es läuft immer noch so, als wäre es brandneu. Es ist sehr gut eingearbeitet. Das Deck funktioniert super. Ich bin super zufrieden mit diesem Deck. Und dieses Deck ist auch sehr gut für Feral Shuffles und Greek Deals, was eigentlich nur ein Second Deal von unten ist, direkt aus der Box. Also ihr könnt, da diese Karten traditionell geschnitten sind, da steht es Traditionally Cut. Was das im Prinzip ist, ist es einfach eine andere Schneidetechnik, was die Ecken ein bisschen smoother macht, was dann eben einfacher oder besser für einen Feral Shuffle macht. Wie gesagt, das ist sehr gut und sehr einfach für einen Feral Shuffle und für Greek Deals. Den Greek Deal beherrsche ich nicht, allerdings sollen die Karten sehr gut dafür sein. Die Karten an sich haben, wie gesagt, ein etwas dickeres Material als die Bicycle Karten, als die Standard Bicycle Karten. Die Standard Bicycle Karten haben nicht... Ihr hört vielleicht den Unterschied, okay, da denkt ihr jetzt vielleicht, das ist ein Fanatiker, der den Unterschied hört, aber es ist ein Unterschied zu fühlen und zu hören. Und diese Karten halten auch nicht ganz so lange wie diese Karten. Soviel erstmal dazu zum Handling. Ich kann jetzt natürlich nicht ein neues Deck aufmachen und euch zeigen, wie die Karten im Unterschied sind, aber ich kann sagen, dieses Deck direkt aus der Box ist Wahnsinn. Also als ich das das erste Mal aufgemacht hatte und wirklich direkt aus der Box versucht habe, einen Feral Shuffle zu machen, ich hatte gar keine Probleme. Das ist ein sehr tolles Deck, es ist trotzdem Standard Design. Und in meinen Augen lohnt es sich, die extra Euros auszugeben, um ein paar von denen zu haben. Zum Beispiel, wenn ihr Auftritte habt, habt ihr hiermit erstens ein sehr gutes Finish. Es ist einfach nur, glaube ich, das Air Cushion Finish. Logisch, bei Bicycle Karten, bei USPCC. Air Cushion Finish, gute Qualität, die Karten werden lange halten und sie verknicken nicht so leicht. Sie werden euch einen verdammt guten Dienst erweisen. Und auch wenn ihr vielleicht Karten verschwendet während eines Auftritts, ihr könnt einfach ein Deck nehmen, es brandneu aufmachen, ihr müsst es nicht einarbeiten und ihr könnt es direkt benutzen. Das ist der Vorteil an diesem Kartenspiel und auch, denke ich, das, was es für mich persönlich lohnt, diese Karten auch für meinen Auftritt zu benutzen. Einfach, damit ich ein besseres Handling habe und nicht so viel Zeit darauf verwenden muss, mehrere Decks einzuarbeiten, damit ich sie zum Beispiel als Refill benutzen kann. So viel hierzu. Wie funktioniert das in der Performance-Tauglichkeit? Ich würde definitiv sagen, die sind sehr gut für Magier geeignet, da sie, wie gesagt, zwei identische Joker haben, was immer sehr gut ist für Magier. Das klassische Bicycle Design, ihr könnt euch auch die Karten marken hinten drauf und mit dem klassischen Marking Design von Bicycle. Es gibt da eine sehr schöne Möglichkeit. Für Flourisher, je nachdem, wenn Flourisher eben wollen, können sie das sich auch kaufen. Ich wüsste nicht genau, warum ihr die extra Euro bezahlen solltet. Ihr könntet genauso gut das hier nehmen, weil einen so enormen Unterschied gibt es beim Handling nicht, außer halt eben, dass es direkt aus der Box sehr gut ist und allgemein länger hält. Je nachdem, was für euch besser ist als Flourisher. Ich würde definitiv sagen, für Magier sind die verdammt gut geeignet. Für Sammler, ja, sie werden gedruckt. Naja, würde ich eher nicht sagen. So viel zu den beiden Decks, also besser gesagt zu dem Deck, das ist nur der Vergleich. Wenn ihr wirklich mal wollt, die kosten nur 1-2 Euro mehr, investiert einfach mal in eins und seht den Unterschied einfach extrem für euch selbst. Also, dass ihr einfach selbst mal die Karten ausprobiert, checkt sie aus. Sie gibt es auf zauberbox.at. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit diesen Karten. Das war's mit Zauberbox TV. Mein Name ist Sofjan und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit Zauberbox TV für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.